Also, das sind nur 150 Cent, ne? Ja. Guck sie dir an, nicht dass du am Ende sagst, ja, ja, ja. Ja, ja, 50 Cent. Ich weiß nicht mehr, wie 50 Cent es aussieht. Ok, ich pack sie jetzt hier drunter. Guck da drunter, lass sie jetzt hier drunter. Ich dachte, ich kann sie auch bewegen. Du hast geguckt. Ja, ja. Du musst aber von oben, guck auch nochmal von oben. Ist das was da? Ja, okay. Das ist die magische Zauberstiebe. Was für mich, keine Füße. Wow. In die Tüte. Diese Tüte wässt du jetzt? Die Müsse irgendwie klappen. Jetzt kommt von oben. Das tut so weh, sogar. Das geht in den Arm, du. Oh, geil. Okay, da hast du mich. Ihhh, ihhh, ihhh. Ah, fuck. Bis zum nächsten Mal.